Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Dota 2. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit dabei ist heute der Daniel. Moin! Ja, schön Daniel, dass du heute dabei bist. Wie kommt es denn dazu, dass du jetzt hier dabei bist? Warum, wieso, weshalb, warum? Ja, also ich spiele halt gerne Dota und dann habe ich dich durch YouTube gefunden, habe dich mal gefragt, ob wir zusammen spielen können. Ja. Und das hat geklappt? Ja. Einfach so? Wie es aussieht, ja. Ja, das ist ja dauerlich. So, und was nimmst du heute? Ich spiele den Nature's Prophet im Jungle. Uh, eine alte Wahl. Und du spielst den Doom? Doom! Den spielst man eigentlich auch im Jungle. Ich spiele ihn lieber in der Mitte. Okay. Ich weiß, man kann nicht im Dschungel spielen, aber... Aber ich sehe Doom fast nie. Der wird voll selten gespielt. Ja, weil er auch etwas schwieriger ist. Ich kann da zwar auch nicht umgehen, ne, aber... Er ist eigentlich ziemlich cool. Oh, du musst gegen... Nicht nur vom Design. Du musst gegen Patsch in die Mitte. Uh, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Das sage ich jetzt schon. Ja. Da brauche ich dann deine Unterstützung. Äh, genau. Ja, nicht? Nein. Warum nicht? Ey, du kannst mich doch nicht da in einer Mitte alleine lassen. Das geht doch nicht. Und wie das geht. Oh, verdammt. Okay. Na gut. Äh, was kaufe ich denn? Was? Das kann ich mal kaufen. Und das. Und was ist schon mal? So ein Ding hier noch. Und nochmal so eins. Ja, das sollte reichen. Das muss reichen. Gut. Du meinst, wir werden heute wieder verlieren? Also ich zumindest. Boah, keine Ahnung. Hoffentlich nicht. Wir machen immer wieder Crème de la Crème als Gegner. Ja. Die OP-Gegner schlechthin. Ja. Juggernaut, Draw Ranger. Ach, Schuss, Schuss. Das wird bestimmt einfach super hier heute. Wie bestimmt. Na gut, wir haben Sniper und den Piraten. Ja. wenn die, äh, wenn Kunkka nicht spielen kann, dann ist dann nutzlos. Na gut, ich kann mein Garter auch nicht spielen. Also, von daher. Sieht gut aus fürs gegnerische Team. Sieht gut aus. Ja. Ja. Wir haben schon allein einen Vorteil dadurch, dass ich im gegnerischen Team bin. Also, eigentlich mein Team und... Na, du weißt schon, was ich meine. Battle beginnt. Ja, irgendwie schon. Ja, das dauert immer so lange, bis die Creeps spawnen. Ja, da kommt sie schon angelaufen, da kommt sie schon angelaufen. Ich kann davon kein essen, aber von gegnerischen gleich. Und ich muss noch warten. Komm, taste the flame. Nom, 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 lecker Creep. Ja, tatsächlicher Patch hier. In der Mitte. The ground burns. Yeah, meine Creeps sind da. Yeah, ist doch gut. Ja. Ja, level up, level up. So. Wie, du bist schon level 2? Ja. Ich bin in der Mitte. Ich bin auch level 1. Oh nein, und ich schaff den Gegner nicht. In der Mitte bekommen wir ja schneller Erfahrungspunkte und dadurch hab ich halt dann den kleinen Levelvorteil. Ja, er tut. Rücken. Bisschen anhütten. Hey. Der hat mich gehauen. Mach's weg, ich brauche ein Pflaster. Hast du Tangos dabei? Nee, ich hab nur Heiltränke dabei. Oh, hast du keine Tangos dabei? Weil ich mir heute mal keine Tangos gekauft hab. Okay. Einfach weil ich ein Taktboden bin, das weißt du ganz genau. Ja. Ja. Ja, jetzt weg hier. Ich hab irgendwie voll die Legs. Das liegt aber, glaub ich, nicht bei mir. Oder an mir. Ja, das liegt auch nicht an dir. Das liegt bei mir irgendwo. Das ist uncool, wenn's an dir liegt. Aber kann man da nicht ändern, ne? Nö, nicht wirklich. Ja, kommst du denn zurecht im Dschungel? Ja, ich komm sehr gut zurecht. Das ist gut. Wenigstens einer, der klarkommt hier. Ja. Ach du Kacke. Weg, 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 weg. Ich kann nicht sterben. Ey, das gibt's nicht. Es läuft schon super hier. Ich hab jetzt schon die Schnauze voll. Ich find das voll ungewohnt. Ich bin ja eigentlich ein League of Legends Spieler. Mhm. Ich find das voll ungewohnt, dass du hier als Jungler nicht ganken kommst. Ja. Ja. Oder halt so sehr selten, wenn überhaupt. Mir ist das eigentlich ganz recht. Es gibt Schlimmeres. Äh, nicht mich angreifen. Nicht? Warum nicht? Es macht doch Spaß. Äh, ich krieg voll ihr Leben dadurch. Ach so, na gut, das geht dann natürlich nicht, ne? Also, das kannst du ja doch nicht machen hier. Oh, jetzt hab ich drei Bäume. Oh. Wer ist hier noch zum Bauminator? Oh ja. Ich hab kein Mana mehr. Bedauerlich. Aber ich hab Mana drin. Ja. Na wenigstens etwas. Das ist mehr als ich hab, weil mein Mana Trank ist schon weg. Ja. Der Boden bürnt. Ich hasse es, in die Mitte zu gehen eigentlich. Ich mag's eigentlich lieber, wenn, wenn ich jemanden dabei hab, weiß er mich so'n bisschen schützen kann, oder sowas. Äh, nicht. Aber, na ja. Gibt's heute nicht. Ich bin der Midnight von deinem Sein. Dein Oberstauber ist unter Attack. Oh, ich freu mich schon, wenn ich meine Ulti hab. Bring es. Kann... Kann sein, dass ich da einfach mal so'n Kill kriege, ohne dass ich's wollte. Das ist dann voll nice. Gold, für dich. Ich will auch Kill kriege, äh, Kids kriegen, ohne dass ich's will. Dann musst du auch deine Ulti haben. Ja, aber das dauert noch. Das dauert noch fast ein halbes Level. Ich bin grad mal Level 4 geworden. Ich bin, na ja, halb 6 und, äh, schon, schon, äh, einmal gestorben. Ich will meine Hand auf Meiders bauen. Ja, jetzt... Alter, was macht der da? Der tötet dich und dich selber. Ja, es hat er geschafft. Arschloch. Ehrlich. Ich hasse es. Ach, nur weil ich so lahmarschig bin. Ich will meine Schuhe haben. Du hast mal ein bisschen Gold. Du hast mal Kleingeld. Du hast mal Kleingeld. Du hast mal Kleingeld. Du hast mal Kleingeld. Kleingeld. Hey, ich hab Kleingeld. Hey. So, das hab ich mir so die Schuhe anliefern lassen. Der Sniper ist in die Mitte gegangen. Ja, seh ich schon. Du, vielleicht auch gehen oder so. Ja, vielleicht. Vielleicht hilft es ja. Man weiß ja nicht. Sonst eigentlich nie Mana-Probleme. Aber heute, irgendwie... Ah! Heute bist du halt sehr Mana-verschwenderisch, ne? Und dadurch halt... Irgendwie... ... Da muss ich halt selber bisschen tanken, bis ich genug Mana wieder habe. So was passiert halt manchmal, ne? Ja. Hey, ich hab wieder Mana. Hey, ist gut. Jetzt hab ich vier Bäume. Du hast schon vier Bäume? Oh ja. Du kannst sie ganz alleine großziehen und so, das ist unglaublich. Aber die sterben. Ich hoffe, einen elendigen Tod. Sie sterben. Aber sterben macht so'n Spaß. Nicht? Nein. Okay, dann nicht. Ich denke, du musst wieder in die Mitte gehen, weil in der Mitte ist jetzt keiner mehr. Ja, aber dann ist er hier alleine. Das ist auch die Hardlane. Aber trotzdem. Denn er alleine ist es schlecht. Ja gut, wenn da unten in der Mitte auch niemand ist, ist es natürlich auch schlecht. Stimmt schon. Ja, oder? Oh ja, Wölfe. Nein, jetzt hab ich keine Bäume mehr. Wieso hast du keine Bäume mehr? Da sind sie ausgelaufen. Mindest-Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Oh ja, leider. Bedauerlich. Ich wollte die Wölfe in meinen anderen Bäumen einsperren. Hab mich selber mit eingesperrt. Oh ja, das ist natürlich dann immer ein negativer Effekt von deinem Typen da. Auch schon, wenn du dann so mitten so im Teamfight dann einen befreundeten Charakter oder sowas einsperrst und wolltest einen Feind einsperren oder sowas. Oh, ich hab meine Ulti. Jetzt brauch ich den Kurier. Na ja. Oh, tuto. Warum stirbt denn der einfach? Das hab ich ihm nicht erlaubt. Du bist du einfach gestorben. Was soll'n' das? Ich find das nicht okay, dass du einfach stirbst. Alter, wieso kann der mir ungefähr die Hälfte des Lebens abziehen? Wer? Hier, der, 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 der Patch. Das ist halt... Das ist halt Patch, ne? Ey, so'n Drecksack. Ehrlich. Schreibt hier auch noch, dass ich ihn nicht füttern soll. Ja. Ich geh da auch nicht mit dem Brötchen, Krümmel oder sowas hin und fütter ihn. Ja. Das wär's ja noch. Das Feuer spüren. Ah, das ist ein Elvis-Runa. Ja. Das ist ein Elvis-Runa. Das ist ein Elvis-Runa. Das ist ein Elvis-Runa. Dann nimm doch. Brauchst du nicht? Ich auch nicht. Hell's on Earth. I'm at your shoulder. Bring it. Gut, dann nehm ich sie halt doch. So nein, ich deny sie einfach. Das geht natürlich auch. Ja. Ey, der Patch, da kommt mir schon wieder viel zu nahe hier. Ja, der ist ein böser Champion. Der ist echt scheiße. Ist er... Oh, ne. Oh, ne. Jetzt kommt der zweite. Ja, es... Leckt mich fett, ey. Es kipps nicht. Ey, sowas regt mich auf, ne? Ich komme jetzt einfach zu euch da nach unten. Ich habe da alleine keine Chance. Nicht gehen so einen Drecksack. Oh, so viel Cash. Geht los. Durch meine Ulti habe ich jetzt ein Assis gekriegt. Yay. Yay. Ist das gut? Ja, es gibt auch wieder Geld. Ja, dann ist gut. Crash ohne Ende. Oh, es ist Nacht geworden. Oh, nein. Nicht die böse, böse Nacht. Ach, der Schastro-Ranger, der mich jetzt nerven will. Das gibt es nicht. Ach, du Kacke. Was macht der denn? Was macht der denn? Ey, ich... Mir fehlen einfach die Worte für meine Unfähigkeit. Ich könnte Gott's nicht. Ich reiße hier das ganze Team runter. Was passiert, ne? So ein Scheiß. Ehrlich. So ein Scheiß. Und kommt dadurch auch nicht an Gold oder an bessere Items. Wie denn auch? Boah. Drei Items. Dann komme ich auch auf Lanes und so. Dann kannst du mich ja wenigstens unterstützen hier oder so. Ich weiß auch nicht. Genau. Nicht? Wenn ich dich unterstütze, klaue ich dir, glaube ich, den Kill. Oh, nein. Das wäre fatal. Ja. Was mir nach wie vor egal wäre. Das kommt ja auch bei Dota nicht auf die Kills drauf an. Zumindest nicht unter den einzelnen Champions. Ich bin der Midnight von deinem Soul. Es gibt halt, äh, Charaktere, die sind halt für die Kills gemacht und welche halt einfach nur dafür gemacht, sie zu unterstützen, dass die Kills machen. Ja, das ist noch nicht so bad. Und du stirbst recht wieder, wenn ich... Ja, ich sehe schon. Jetzt... Ich saß zu spät. Ja, gesilenced. Ja, leck mich fett. Ey, ehrlich. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst. Hey? Weißt du nicht. Oder. Okay, dann weißt du es. Nein. Jetzt werde ich wieder angegriffen. Ey, wenn du wirklich an jeder Lehn dann sowas von, von, von... ...gekloppt wirst, egal wo du bist, hast du echt keinen Bock mehr. Ich komme ja auch so an, nicht an Gold und stattdessen fütter ich die anderen noch mit Gold und mit Erfahrungspunkten. Es ist, es ist einfach zum Kotzen. Warum haut der jetzt für ein paar lächerliche Quips sein Schiff da rein? Das war, glaube ich, eigentlich für den Ricky. Achso, sehr gut, den habe ich da nicht gesehen. Ich hasse Ricky. Ach, hier ist noch meine Luzern. Ja, leck mich fett, ey. Ja. Ich kann auch nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich bin gestunt bis zum Gate nicht mehr und ich kann nichts drücken, weil ich gesilenced bin. Ey, leck mich fett am Arsch, ey. Ehrlich. Nee, das macht so keinen Spaß. Ja, und? Ich bin ein Noob. Ist voll okay, ich komme nur mit klar. Ich bin auf dem besten Platz, den es hier in Dota gibt. Ja, ich bin auf dem Platz, den es hier in Dota gibt, den es hier in Dota gibt, den es hier in Dota gibt, den es hier in Dota gibt. Ich bin jetzt schon Level 8. Ich bin jetzt schon Level 8. Ein Level ist auch ein Fortschritt, ne? Ja. Ich weiß nicht nur, ob der Fortschritt auch wirklich gut ist. Gut, und wir sollen jetzt irgendwie zurück, oder was? Weil die Meilen, die kommen jetzt hier für Großangriff. Ich glaube es ja nicht so ganz, aber okay. Wenn die Meilen. Die wissen es bestimmt besser als ich. Wer ist besser als du? Na, die anderen. Jeder ist besser als ich. Ich meine, ich bin siebenmal gestorben, habe keinen Assist und schon gar keine Kills. Ich bin jetzt. Und die Erde. Und bei dir so läuft? Ja, ich brauche noch zwei E-Teams, dann bin ich gut. Also dann kann ich pushen und sowas. Und alles, was so Spaß macht, ja? Genau. Uh, da ist eine doppelte Methone. Das ist gut. Die brauche ich, die brauche ich. Dann mache ich doppelten Schaden mit meinen normalen Angriffen. Ja, meinetwegen. Das ist sehr nice, sehr nice. Boah, geh weg. Scheiß Untoter hier. Ja, bitte tötet mich. Bin hier vor meinem Leid wenigstens erlöst hier. Ich habe ja von Anfang an gesagt, das können wir gar nicht alles knicken, dadurch, dass ich im Team bin. Und ich hatte mal wieder recht. Vielleicht sollte ich einfach mal wieder einen Supporter spielen. Ja, ne, das wäre auch eine Lösung. Müssen wir das nächste Mal machen. Dann spiele ich irgendeinen anderen Typen. Warum zum Henker sind jetzt alle top? Warum zum Henker sind jetzt alle top? Weil die da angreifen. Ja, wo ist der denn? Der ist schon wieder versteckt hier. Ach, die sind jetzt in der Mitte. Und ich bin Bot. Dann bist du genau an der falschen Stelle. Ja, die sind alle in der Mitte. Ja, sieht sehr schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Yeah, ich habe einen Kill. Oh mein Gott. Ich habe einen Kill. Kannst du ja selbst nicht glauben. Na, na, kriege ich den? Ich habe leider keine Mana mehr. Verdammt. Ist natürlich schlecht. Ich kann mir endlich auch mal wieder ein Item kaufen. Wenn sie das mal nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Ja, unser Team hat drei Kills. Ja, unser Team hat drei Kills. Einer von von mir. Und ungefähr mehr als die Hälfte der gegnerischen Kills ist wegen mir. Nice. Ja, doch. Na, fast. Fast, ja. Jetzt kommen sie ja gleich an den mittleren Turm. Das ist bedauerlich. Ich habe hier schön meine Items zusammen. Mach das. Ah, mach schnell. Boah, auch noch ein Item. Wer macht hin? Ja, das ist teuer, das Item. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das ist sehr teuer, das Item. Das Item kostet 4100. Aber wehe, du reißt da nicht alles rum hier. Ja, das kann ich nicht versprechen. Jetzt habe ich 10 Bäume. Wuhu. Ja. Ich hasse Juggernaut. Und Wowranger, wenn er ein Gegner ist. Ah. Ja, ja. Es gehört, du sollst aufhören, in den Dschungel rumzulaufen. Lässt du dir das so auf dir sitzen? Die mittleren Turm ist unter Attacken. Du brauchst deine eigene Farm? Ja. Wie wirst du mal mit dem Bauernhof anschaffen? Dafür habe ich nicht genug Zeit. Na gut, das ist natürlich dann bedauerlich. Ah, leider. Ja. Das Spiel ist gleich gegessen. Oh, ja. Das Spiel ist auch schon vorbei. Genau. Da hast du deine, deine Zeit, die dir sein musst, überstanden. Genau. Oh, nee. Nein. Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Nein, ich will nicht. Okay, ich akzeptiere es. Wenn man keine andere Wahl hat, akzeptiert man es einfach, ne? Genau. Nicht mein Tag heute. Nicht mein Tag. Irgendwie jeder Tag, wenn ich nur oder zwei spiele, ist nicht mein Tag. Ja, ja. Das ist einfach, äh, so erfolgreich hier wie immer. Wenn ich Dota 2 spiele. Immer ist es so erfolgreich. Ach, da hast du jetzt die Joggen, oder? Da kann ich jetzt nichts kuscheln. Mit Sword of Flame. Ja doch, versuch's ruhig. Und dann sterbe ich. Ja, dann töte den Gegner. Nicht? Ja, komm, Patch, hier, leck mich fett. Ey, es gibt's noch. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr, das glaubst du gar nicht. Ah. Ich hab einen getötet. Ja, hey, hey. Hey. Ja, hey. Du hast es gut gemacht. Aber bist du auch fast tot. Ja, wenn da zwei frische Leute auf mich eindreschen. Dann darf es auch halbtot sein. Genau. Meinst du? Ja, also für uns sieht's echt nicht gut aus hier. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Richtig. Ich. Ich. Oh, noch 900. Ja, dann, ogo, ogo. Dann drück ich auch ein bisschen Damage. Das schaffst du. Glaub an dich. Ja, da bist du, glaube ich, der Einzige. Ja, aber immerhin. Glaubt jemand an dich? Hey. Hey. Nicht gut? Oh, nee. Es kommt eher schon wieder. Es gibt's nicht. Nein. Und die Roger ist auch hier unten. Oh, leck mich fett, Leute. Das kann nicht wahr sein. Und wer hat das Spiel bitte schon pausiert? Das war der Bounty Hunter. Und der hat's auch schon wieder fortgesetzt. Sein Glück. Sein verdammtes scheiß Glück. Dann müsst ihr mich jetzt hier aufregen. Ich hab meinen E-Term. Yay. Das heißt, wir können jetzt, äh, beruhigt sterben gehen, ja? Ja. Gut. Dann bin ich ja beruhigt. Warum denn kriegst du... Oh, das ist ein blödes Ziel-Dings da. Warum heilt das ein blödes Ziel-Dings da so viel? Weil es ein blödes Heil-Dings da ist. Oh, nicht den Tod. Geht es dir jetzt endlich mal so, wie es mir die ganze Zeit hier geht, ja? Ja, ja. Ja, 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 bitte komm zu zweit. Das mag ich doch besonders gern. Ey. Natürlich gleich auch den Silence drauf, von Drow Ranger, sodass ich nix machen kann. So ist das. So ist das echt scheiße, richtig. Sie nehmen uns einfach nur noch auseinander hier. 5 zu 30 Kills. Das darfst du gar keinem erzählen. Und davon hab ich zwei. Und 13 davon kommen von mir. Äh, vom 13 Mal sterben. Das ist gut, das Dritte. Krass. Ja. Wieso kann man das denn nicht sehen? Ja, weil die hier irgendwo diese ganzen Worts aufgestellt haben. Ich spiele sowas von vergessen. Ja, ja, komm, leck mich. Ey, wie schnell die mich down kriegen hier. Es ist einfach nur der pure Wahnsinn. Ich bin hoch erfreut. Bis zum geht nicht mehr. Das ist Spiel, Spannung und Spaß für die ganze Familie. Was ist denn das Neue zu spielen jetzt? Scheiß auf Kinderüberraschung spielt Dr. 2, ey. Das ist viel spannender, viel unglaublich erfolgreicher als ein Ü-Ei zu öffnen. Und jetzt werden sie uns hier nur noch so'n bisschen töten, weil sie wissen, sie haben die Oberhand. Das gibt's nicht. Ja, und nun? Na, komm, da kommt der Rest hier. Komm, töte mich. Ja, macht Spaß. Das stimmt. Ich hasse unser gegnerisches Team. Ciao. Hilft auch deine Baumpower nicht viel. Siehste? Will ich's nicht einfach beenden? Nee, ne? Nein, wie ist das Ausweg nicht? Jetzt warten sie ja tatsächlich um die Ecke, um uns hier einmal rauszukriegen. Es gibt's nicht. Ihr mittlerer Tor ist unter Attack. Na, wo geht ne Esel hin? Ihr mittlerer Tor ist unter Attack. Keine Chance hier. Keine Chance. Und die erfreuen sich auch noch daran, dass sie hier so einfache Kills haben. Oh mein Gott, ich hab'n Kill. Hey! Nee, das ist so ganz schön. Naja, ähm, scheiße. Dein mittlerer Tor ist unter Attack. Dein mittlerer Tor ist unter Attack. Oder wie siehst du das? Ja, aber es ist schlimmer. Zum Beispiel? Hm, nein. Warte, gleich fällt mir was ein. Ja, ich warte, ich warte. Okay, mir fällt doch nichts an. Ja, das hab' ich erwartet. Warum verteidigen die noch? Es könnte schon längst vorbei sein. Nee, 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 nee. Ach, da war'n Rikki. Ja, schon mal in der Reihe, ne? Ich hab'n Rikki gar nicht gesehen. Hatte noch irgendwas Tolles, was ich mir jetzt kaufen kann? Nee, ne? Ähm, ich kenn' Doom nicht. Ich weiß nicht, was er braucht. Wenn ich das wüsste. Ich mein', wie oft spiel' ich Doom? Nicht so oft. Auch wenn ich ihn mag. Ich kann mein Haupthaus hier nicht angreifen. Das ist bedauerlich. Greif es an. Greif es an. Das macht's nicht. Dann halt nicht. Hat leider noch so viel Leben. Hm, ich kann's nicht hinein. Ja, die mussten jetzt unbedingt Roshan killen. Unbedingt. Ohne Roshan wären die jetzt hier niemals weitergekommen. Das seh' ich auch ganz genau so. Genau, so seh' ich das auch. Na, vielleicht geh' ich mal ein bisschen topfuschen. Das ist doch eh schon vergessen. Wir können eigentlich nur noch auf unseren Untergang warten und das war's. Ich hab' unsichtbar zurückgeportet. Das ist gut, das ist gut. Ja, der Topfabber ist weg. Ja, okay. Wenigstens etwas. Ja. So, und wann kommt ihr jetzt in... Hey. Hey. Auf, wer sind die Seite bist du eigentlich? Oh, ja. Ich weiß es nicht. Mal da, mal da. Je nachdem, wer mehr zahlt, ne? Genau. Ja, der hat sonst eh von mir gefüllt. Na gut. Ich bin schon Level 11, mhm. Ja, genau. Ach, und da ist ein Riki. Wir haben einfach alle keine Chance gegen diese Dreckssäcke. Die einfach unseren blöden Kurier nicht killen, ne? Okay. Ja, pfff, ja, leck mich. Das ist Drow Ranger. Ja, Drow Ranger ist immer overpowered gewesen. Ja, und der bleibt auch immer overpowered. Ja. Ja, komm, macht's jetzt fertig. Ich feuere euch an. Weiter, weiter. Oh, nee, jetzt werden sie abgelenkt. Ja, weitermachen, 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 weitermachen. Yeah, jetzt kommen die anderen auch dazu. Yeah, sie können's schaffen. Endlich. Oh, nein, nein, was tun sie? Nein, sie drehen davon ab. Nein. Unser Haupthaus steht noch. Musste das jetzt sein? Alter, hinter euch ist ein wunderhübsches Haupthaus. Das könnt ihr nochmal zerstören. Aber sie machen's nicht. Wie der Sniper einfach kein Damage macht. Ich mach auch kein Damage. Aber Sniper, der ist Sniper, der muss Damage machen. Ja gut, das stimmt natürlich. Yay, sie haben's geschafft. Yay. 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 Hey, eine der schlimmsten Runden meines Lebens ist vorbei. Yay. Uh, du hast irgendwas bekommen. Yay, für einen, den ich eigentlich nie spiele. Ist doch super, nicht? Ja. Na gut. Dann danke ich meinen Zuschauern, dass wir das hier bis zum Ende ertragen haben. Ne? War auch schön mit dir. Ja. Na, gerne wieder. Ja, immer wieder gern. Wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Dota Let's Play. Jo. Also tschüss. Tschüss.